Der ist doch Gold. Oder... Oder Weiß. Nee, Gold. Kurze, schwarze Haare. Die Haare weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es ein Kleid hat. Und er hat einen kleinen Kopf. Oder Weiß. Gold. Oder Weiß. Nein, nein, er bleibt dann ganz allein. Bis Nikolaus kommt. Die A** wohnen nämlich weit weg und da ist der Weihnachtsmann auch. Der A** ist dann ganz traubig. Wenn Nikolaus geht, dann weint der. Na. Dann hat er ja auch noch viel zu tun. Was denn? Vielleicht gibt er ja auch Geschenke. Dann muss er ja nicht unbedingt weinen. Nix. Die fliegen nur rum. Und schon, ob alles gut ist. Das, das, das hat Fliege und kann so fliegen. Flieg, flieg, flieg. Und die fliegen immer auf den hier hin und landen dann. Und die passen auf die Menschen auf. Die sind Gold, weil die Kleid alle haben. Oder Weiß. Das Kleid ist Gold. Kleid ist Gold. Oh, ich kenn das. So wie wir aussehen, aber noch mit Flügeln. Und ein kleines Krönchen vielleicht noch. Oder Weiß. Was ist Gold. Hello, ich will uns jetzt mit Flügeln. Vielen Dank.